Hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass uns etwas sehr Wichtiges bevorsteht? Hallo Nachbarn. Du fühlst es auch, oder? Da lauert doch etwas, das wir noch nicht sehen. Du hast es. Ich sehe manchmal Dinge. Irgendwas war da draußen. Ein Geruch nach etwas Bösem. Lauf, bevor es zu spät für dich ist. Naヤ! Naas, naja! Dramatis! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017